Was hat eigentlich in meiner Küche so gegammelt? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich dachte, ich muss sterben. Wenn die nicht mehr gut ist, gut schmeckt. Wenn da zu wenig Kohlen-Saube drin ist. Ich habe noch eine neue. Ne, schmeckt wie neu. Geht noch neu. Das ist halt gestern aus. Ich dachte, wieso stinkt es denn in meiner Küche? Ich dachte, ich laufe rückwärts wieder raus. Das einzige, was ich gemacht habe, ist morgens. Da hatte ich Käse in meinem Topa-Dings-Pums. Und der war schon eine Stelle leicht eingeschickt. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, den schmeißt du mal eben weg. Dann nimmst du den Müllbeutel und tust ihn dann nach draußen. Du hast ihn sofort weg. Was hast du noch nicht gerochen? Boah, das war ekelhaft. Alter. Nein, wir auch nicht. Und dann habe ich erst den Sack rausgebracht.